Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege Habe ich fast vergessen ranzuwehen Mit mir, dem Jagen, danke Ach, braucht doch keiner wissen Ich hatte doch eh schon gehört Das stimmt Ach komm, weißt du Wenn man diese Stimme schon wieder hört, dann ist doch alles schon wieder verloren Oh Mann ey Da würden wir noch gleich wieder direkt aufgeben eigentlich Ja mach es doch Gib doch, wo ist das Surrender Button? I will survive Ja eben nicht, das ist ja die Sache Pass auf, ich werde jetzt hier alle richtig lang Oh, ich bin nicht der Letzte, der lädt Gott sei Dank Oh, das wollte ich nicht Warum machst du es denn? Fragen, über Fragen Wer kennt nur diese Antwort? Okay 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 Beruhig dich Geht doch Du musst es wieder tun, ja Das ist schon wieder dieser Shit Baguette? Ja Jetzt weiß ich wie ihr euch vorher gefühlt habt Oh Passiert Sachen Oh, die Karte Kenne ich mich aus Es ist so gut wie in meiner Westen-Tasche Echt? Ich habe keine Westen-Tasche Hast du auch eine Weste? Nein Oh Ich schon Deswegen Kenne ich mich auch so gut darin aus Virtual haben sie schonmal? Ja Und Cavera und Mute Und Cavera nochmal Und Doc Ich habe irgendwie dieselben Leute nur gefunden Also Virtual ist noch einer in den fünften Boah, ist die Schnicht Virtual, okay Okay Oh mein Gott Die Kamera ist kaputt Ist wichtig Wo sind wir denn? Oh, Japan Oder ist das Japan? Ne, das ist chinesisch Ja Ja, nein, Japan Das sind die japanischen Operator, die japanische MIP Okay, das sieht aber nach chinesischen Zeichen aus Nein Für dich Okay Okay, beruhig dich Wende dich nicht gegen das System Okay Wo bist denn du? Dude Was? Mal von oben rangehen oder? Okay La, la, la Hat was geschossen? Ja Hat's auf uns geschossen? Weiß nicht, es hat hier durchgeschossen Was siehst du? Da ist ein Verbündeter geradeaus Ich weiß Ich weiß Aber rechts daneben war ein Feind Also da Oh, falsche Taster Da Hast du die andere Tür aufgebracht? Ja Er kann auch komplett weggerannt sein Er ist tot Was wird da sein? Hä? Oh Ich verstehe Wir müssen aber noch Wir wollen, wo wurde erschossen Pass auf, wir gehen woanders lang Gut Oben ist einer Und tötet mich jetzt Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe War er das? Du hast ihn doch gerade erschossen Aber noch nicht, ja Ach ne, die ist weggekommen Ja, das war der Wir müssen aber bleiben Der Gegner Boah Haha Ja, Mann Alter So, ich schieße einfach die Mitte der Uhr weg Alter Puh Hast du toll gemacht Guck mal, er hat Wut Ja, das heißt ganz klar Wut Keine andere Bedeutung Wut? Wut 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 Da steht ein Z Du musst also so richtig betonen Wut That was Hex A Mein? Das was Das was Hex Das was Hex 30 Level Unskill No way Nur gerankt er kommt da raus ja was soll ich sagen man hört man hat ihn so übelst gehört ich bin frost ich wollte schon wieder welche dinger fallen legen in den raum rein ja level 30 und hex logisch ja ich kann das nicht wenn seine skill nicht klarkommen einfach random irgendwo bei ihm platzieren und hier rüber auch das war ich habe ich jetzt irgendwo eingelegt ich habe schon fast alle kameras ok links ist tot wo liegt ich da liege ich ein schild das am start montagne und er ist am start oder entdeckt genau unter dir sind die beiden sehr schön montagne ist gut ja so lange montagne weg ist das schon mal gut wenn du montagne gekillt hat weiß ich nicht nein habe ich nicht ich hab draußen jemanden getötet noch ein wo ist markiert wo ist markiert da wo ist das markiert unten an den kompass kannst du es auch sehen dann das ist die richtung ich habe zwar kein schluss abgegeben und auch also außer bis auf drohen ich habe zwei kopfschüsse abgegeben achja also weißt du entweder habe ich so ein glück und mache ihm wirklich sofort einen headshot oder ich bin einfach tot weil ich keine ahnung habe oder es geht bei mir bei mir gehen die schüsse raus kommen aber nie beim gegner an weißt du weil mit tot verschwinden einfach alle schüsse wir machen jetzt einen atemberaubenden sieg atemberaubend weißt du was ich dazu sagen würde ha atemlos durch die nacht oh mein bitte nicht bitte nicht bitte wie ich dachte du magst du magst das lied nein ok ich hasse das akzept es nervt mich einfach nur ich glaube die sind oben irgendwo oben ist auf jeden fall dieser virgin genau da bin ich auch lang gefahren dann bin ich gerade ausgefahren und dann war ich tot da bin ich rechts abgebogen hier war ich weg einsatz in zehn wänden denn vier wänden der kennt sie nicht die serie ja da würde punkte machen ich habe gerade unsere möglichkeiten abgecheckt über laufen über was wie wir laufen ich hab laufen verstanden oh mein gott er hat eine sprengladung was macht ihr denn da jetzt lassen wir mal erst drum machen da liegen drei Leute liegen die da immer noch was ich sehe ein hier da im bart ein dort jetzt bin ich meine throne kaputt einer von dem muss übelste hits schon kassiert haben ich hab'n plan pass auf das wird das ich weiß nicht ob es funktioniert aber wenn das funktioniert das hat asozial die fußbohren da komm ich nicht dran schade du hast auch keine granaten oder sowas ne ne die fußbohren verschwinden ja hier kommen wir nicht weiter ich werde irgendwie rein wo geht's denn hier hin oh hier ist offen da ist also einer ok kann ich hier runter springen meinst du ich kann hier rein wenn man nicht so sein da war ich gerade sehr schöne runde ein gutes team da komme ich makelloser sie so und das war eine folge rainbow six und wir sehen uns dann beim nächsten mal bis dahin